Nachdem er die Weihnachtsferien bei seiner Mutter und seinem Stiefvater verbracht hat, fliegt der 15-jährige Kasuharu aus Saitama am 5. Januar 1995 in die USA, um dort sein Auslandsschuljahr weiterzuführen. Nach seiner Landung dort kann er seine Mutter sowie deren Mann Gensekine nicht telefonisch erreichen. Er wundert sich, da seine Mutter ihn gebeten hat, sich sofort zu melden, wenn er sicher angekommen ist. Nachdem er einen Freund in Japan kontaktiert, erfährt er von ihm etwas, das er kaum glauben kann. Seine Mutter Hiroko Kasama sowie Gensekine sind wegen dringendem Tatverdacht in einer Serie von mehreren Morden festgenommen worden. Bitte lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die 38-jährige Hiroko Kasama und der 53-jährige Gensekine führen das Hundefachgeschäft und die Hundezucht Afrika Kennel in Kumagaya. Sikine betreibt das Geschäft seit 13 Jahren. Kasama lernt er auf einer Hundeausstellung kennen. Er heiratet sie 1983 und sie kümmert sich fortan um die Buchhaltung des Ladens. Von Beginn der Ehe an hat Sikine, der mit Kasama bereits seine vierte Ehe führt, immer wieder heftige Wutausbrüche und attackiert sie sowie ihre beiden damals noch kleinen Kinder, den Sohn Kasuharu und eine Tochter, die aus einer früheren Beziehung sind. Trotzdem bleibt sie bei ihm und führt mit ihm das Geschäft. Basierend auf den Taten, die die beiden gemeinsam, teilweise mithilfe eines Angestellten verüben werden, wird Shion Sono den Film Cold Fish drehen. In seinem Bekanntenkreis ist die gewalttätige Seite von Sikine kaum bekannt. Seine Freunde erleben ihn als lustig und humorvoll. Er ist äußerst redegewandt und gilt als sehr überzeugend. Bereits zu Schulzeiten ist er extrovertiert, neigt zu Übertreibungen, was seine Leistungen angeht und wird von seinen Mitschülern bewundert, da er sich viel traut. Bereits mit 18 Jahren gründet er seine erste Tierzucht und beginnt auch direkt, seine Kunden zu betrügen, indem er falsche Angaben über die Tiere macht, um sie teurer zu verkaufen und indem er gelegentlich verkaufte Tiere zurückstiehlt, um sie erneut zu verkaufen. Anschließend verbringt er viele Jahre als Tierzüchter im Ausland und tritt in diesem Zusammenhang mehrfach in Fernsehsendungen auf, bevor er 1982 nach Saitama zurückkehrt. Durch die Einführung einer neuen Hunderasse in Japan erreicht er einen recht hohen Bekanntheitsgrad. Eine übliche Masche des Paares ist es, ähnlich wie Sikine es bereits früher gemacht hat, Interessenten ein überteuertes Hundepaar zu verkaufen, das zu Zuchtzwecken geeignet sei. Später stehlen sie einen der Hunde vom Kunden zurück oder töten ihn sogar, so dass der Kunde erneut kommt, um ein Tier zu kaufen. So auch im Fall von Herrn Kawasaki, einem Beamten aus Gioda, der einige Zeit zuvor im Afrika-Kennel ein Hundepaar erworben hat. Er kennt Sikine flüchtig und hat eigentlich ein gutes Verhältnis mit ihm. Doch plötzlich ist nicht nur die von ihm gekaufte Hündin verschwunden, ein Bekannter hatte dem Mann bereits kurz zuvor gesagt, dass seine neuen Hunde wohl viel älter seien, als im Laden behauptet wurde und deswegen zur Zucht ungeeignet. Er meldet sich bei Sikine und versucht, mit ihm auszuhandeln, dass er den Kaufpreis zurückerhält. Da das Geschäft in letzter Zeit nicht gut läuft, beschließt Sikine mit seiner Frau Kasama, dem Mann das Geld nicht zurückzugeben. Sie schmieden einen Plan. Am Abend des 20. April treffen sie sich mit Kawasaki. Sie sitzen zusammen und unterhalten sich. Das Paar hat eine Pille für Kawasaki vorbereitet, die Salpetersäure und Strichnin enthält. Sie erzählen dem ahnungslosen Beamten, es sei ein Vitaminpräparat, welches sie auch vertreiben würden und er solle es mal probieren. Der Mann schluckt die Pille, ohne Verdacht zu schöpfen. Mit seiner Leiche im Kofferraum fährt Sikine zu seinem Angestellten Yamasaki nach Katashina, der dort von seinem Chef die Aufgabe bekommt, das Auto des getöteten Mannes nach Tokio zu fahren und es dort irgendwo zurückzulassen. Während Yamasaki das Auto in einer Tiefgarage in der Nähe des Bahnhofs abstellt, zerlegt Sikine die Leiche seines Opfers im Haus von Yamasaki. Nachdem dieser zusammen mit Kasama aus Tokio zurückkehrt, verbrennen sie die Leichenteile in Fässern und werfen die Asche und weitere Überreste der Leiche in den Fluss Usune im Nachbarort Kawawa. Sikine hat Verbindungen zu Yakuza. Hin und wieder, wenn Probleme mit Kunden in seinem Laden auftreten, kommt Endo, einer der Anführer der Inagawa-Kai, ihm zu Hilfe und führt ein schlichtendes Gespräch. Nach dem Verschwinden des Beamten Kawasaki aus Giyoda bekommt Endo mit, dass dessen Familie Sikine verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Nach einigen Gesprächen mit ihm ist er überzeugt, dass sie Recht haben. Er beginnt, Kasama und Sikine um Geld zu erpressen, damit er dicht hält. Aufgrund der ohnehin schwierigen finanziellen Situation hat das Paar Angst, das Geschäft und alles, was sie besitzen, an die Yakuza zu verlieren. Sie haben Endo bereits ihre letzten Rücklagen gegeben. Daher beschließen sie, ihn und einen seiner Verbündeten namens Wakui, der meist als Fahrer fungiert, ebenfalls umzubringen. Am 21. Juli 1993 treffen sie sich mit den beiden. Sikine zeigt sich zunächst kooperativ und versichert, das Schweigegeld weiterhin zu bezahlen. Dann bietet er den beiden Männern ein Nahrungsergänzungsmittel an, um fit und wachsam zu bleiben. Endo und Wakui schlucken die Pillen, ohne misstrauisch zu werden. Bei Endo setzt die Wirkung viel schneller ein. Die Pille, die Wakui schluckt, ist vermutlich nicht richtig dosiert. Er wird panisch und möchte einen Krankenwagen für Endo rufen. Sekine fährt mit Wakui in seinem Auto los und behauptet, sie würden Hilfe holen. Endo, der bereits tot ist und für den jede Hilfe zu spät kommen würde, bleibt mit Kasama im Wagen von Yamasaki, der auf Sekines Anweisung auch vor Ort ist. Während Sekine mit Wakui im Auto fährt, setzt anscheinend die Wirkung des Giftes ein. Wakui stirbt noch im Auto. Die Leichen der beiden Yakuza werden wieder zu Yamasakis Haus in Katashina gebracht und dort von Sekine, Kasama und ihm selbst in kleinste Einzelteile zerlegt. Sekine nennt diesen Prozess, die Leiche transparent zu machen. Da er denkt, dass er so alle Spuren auf das Verbrechen restlos vernichten kann. Die Leichenteile werden wie zuvor verbrannt und in zwei Flüssen im Ort und im Nachbarort entsorgt. Sekine hat Angst, dass er seinen Laden trotz allem nicht mehr retten kann. Er braucht dringend Geld, um in sein Geschäft investieren zu können. Plötzlich sieht er eine Möglichkeit. Frau Sekiguchi, die Mutter eines Azubis, den er seit einer Weile beschäftigt, ist bereit, als Gesellschafterin in das Geschäft mit einzusteigen und eine größere Geldsumme zu investieren. Wie schlecht es wirklich um den Laden steht, verschleiern die Besitzer vor ihr. Sekine ist sich darüber im Klaren, dass sein Betrug auffliegen und die Frau die von ihr investierte Geldsumme zurückfordern wird. Am 26. August 1993 lädt Sekine sie zu einer Autofahrt ein, auf der er ihr eine Vitaminpille anbietet. Die Frau schöpft keinerlei Verdacht. Nachdem sie gestorben ist, erhält Yamasaki einen Anruf von seinem Chef. Er soll die Leiche abholen und zu sich nach Hause bringen. Dort wird das übliche Verfahren angewendet, um die Leiche transparent zu machen. Danach werden die Überreste, wie bereits zuvor, in Flüssen entsorgt. Yamasaki sagt später aus, sein Chef Sekine habe seine Taten, das Zerteilen und Verbrennen der Leichen, immer als interessant beschrieben. Weiterhin habe er geäußert, dass er eine Goldmedaille verdienen würde, wenn Mord eine olympische Disziplin wäre. Bereits seit dem Mord an den Beamten aus Giyoda hat die Polizei Sekine im Blick, aber sie können ihm nichts nachweisen. Die Familien der vier verschwundenen Personen sind sich aber zu 100% sicher, dass das Paar mit dem Verschwinden der Menschen zu tun haben muss, da sie sich jeweils zuletzt mit ihnen getroffen haben. Und sie drängen bei der Polizei auf eine Klärung der Sachlage. Sekine und seine Frau leugnen jede Beteiligung an den Fällen. Erst am 17. Oktober 1994 wird Yamasaki einer genaueren Befragung unterzogen. Er leugnet ebenfalls eine Beteiligung an den Fällen, verschwindet aber direkt danach mit seiner Frau aus dem Ort. Am 3. Dezember schließlich stellt er sich freiwillig und räumt bei der Polizei ein, an den Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Am 13. Dezember fährt er mit mehreren Beamten nach Katashina, wo noch einzelne Teile der Überreste der Opfer sichergestellt werden können. Zwischen Januar und Februar werden in einem Waldgebiet noch Knochenreste und Zähne der Opfer gefunden. Durch die umfassenden Aussagen von Yamasaki können Sekine und Kasama schließlich am 5. Januar 1995 in U-Haft genommen werden. Kasama schweigt zunächst bei den Befragungen, während Sekine recht schnell gesteht, dabei aber die ganze Schuld seiner Frau zuschiebt. Offiziell sind die beiden gar nicht mehr verheiratet. Sie haben sich bereits 1992 scheiden lassen, um Steuern zu umgehen und einen früheren Steuerbetrug von Sekine zu verschleiern. Sie sind aber weiterhin als Paar zusammen. Während des Prozesses beschuldigen sich die beiden gegenseitig. Auch Yamasaki beschuldigen sie zwischendurch, der Drahtzieher gewesen zu sein. Yamasaki hat eine Vereinbarung mit dem Staatsanwalt getroffen. Dass er für die Aussagen, die er zuvor gemacht hat, vor Gericht nicht mehr aussagen muss. Er wird für sein Mitwirken bei den Taten, wie zum Beispiel das Zerkleinern, Vernichten oder Verstecken der Leichenteile, zu drei Jahren Haft verurteilt. Zunächst wird der Fall vielfach so dargestellt, als sei Sekine der Haupttäter und seine Frau hätte nur auf seine Anweisungen gehandelt. Laut Gericht planten jedoch beide die Taten gemeinsam. Lediglich das letzte Opfer habe Sekine ganz alleine ohne das Wissen seiner Frau vergiftet. Am 21. März 2001, nach einem langwierigen Prozess voller gegenseitiger Beschuldigungen, erhalten schließlich beide Angeklagte die Todesstrafe. Sekine gilt in einer Vielzahl weiterer Fälle von vermissten Personen aus der Umgebung als verdächtig. Aber er kann in keinem dieser Fälle angeklagt werden, da konkrete Beweise fehlen. Mehrere der vermissten Personen hatten vor ihrem Verschwinden allerdings nachweislich Kontakt mit Sekine. Es gibt Vermutungen dahingehend, dass Sekine insgesamt bis zu 30 Opfer gehabt haben könnte. Kasamas Sohn Kasuharu bleibt nach der Verhaftung seiner Mutter noch drei Monate in den USA und kehrt dann heimlich zu seiner Großmutter zurück. Da der Fall seiner Mutter und Sekine in allen Medien ist, ist an einen weiteren Schulbesuch für ihn nicht zu denken. Er arbeitet fortan in einem Restaurant und lebt zurückgezogen bei seiner Oma. Im Alter von 20 Jahren heiratet er. Später sagt er gegenüber dem Fernsehen, dass er froh sei, damals nicht auch von Sekine getötet worden zu sein, da dieser ja regelmäßig gewalttätig ihm gegenüber gewesen ist. In einem Berufungsverfahren im Jahr 2005 ändert Yamasaki plötzlich seine Aussage gegenüber den Angeklagten und behauptet, Kasama wäre tatsächlich, genau wie sie die ganze Zeit behauptet hat, von ihrem Mann zu den Taten gezwungen worden. Warum Yamasaki dies nicht zuvor gesagt hat, bleibt unklar. Anscheinend hat auch das Gericht Zweifel an der Änderung der Aussage. Das Todesurteil für beide Angeklagten wird aufrecht erhalten. Sekine wird im Gefängnis in Tokio inhaftiert und stirbt dort im März 2017 an einer Krankheit. Kasama sitzt noch in der Todeszelle. Sie hat kürzlich zum wiederholten Mal eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens beantragt. Was haltet ihr von dem Fall? Glaubt ihr, Kasama hat die Taten aus freien Stücken begangen oder wurde sie von ihrem Mann dazu gezwungen? Lasst gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zum Fall da. Vielen Dank fürs Anschauen. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren und bis gleich! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.